Kreative Wandgestaltung war noch nie einfacher. In diesem Video zeige ich euch die flexible Mini-Wand-Deko. Die einfache Montage und das noch einfacher Austauschen lässt viel Spielraum für Kreativität zu. Das Magnetsystem erlaubt es, die Mini-Wand-Deko jederzeit und einfach unkompliziert an jeder beliebigen Stelle zu platzieren. Schauen wir uns dies im Detail genau an. Zuerst die silberne Haftscheibe mit dem Klebestreifen vom schwarzen Magnet abnehmen. Anschliessend die Schutzfolie des Klebestreifens abziehen. Nun die Haftscheibe mit dem Klebestreifen an der Wand anbringen und für mindestens 5 Sekunden andrücken. Und zum Schluss die Mini-Wand-Deko zentiert mit der silberen Haftscheibe verbinden. Die Mini-Wand-Deko gibt es quadratisch und rechteckig. Es stehen euch verschiedene Formate zur Verfügung. Von 10 auf 10 bis 20 auf 20 cm. Das Material ist eine 3 mm dicke Aluminiumverbundplatte, die reflektionsfrei ist. Die Mini-Wand-Deko könnt ihr im MiFloor Designer oder aber auf unserer Webseite gestalten. Ob Fotos oder witzige Illustrationen passen zu einem Anlass. Ihr entscheidet, wie ihr eure persönliche Wand-Deko gestalten möchtet. Und falls ihr mal Lust auf Veränderung habt, ihr könnt unkompliziert die Anordnung wechseln oder aber die Mini-Wand-Dekos austauschen. Das Entfernen der Mini-Wand-Deko geht einfach und erfolgt ohne Rückstände. Die Mini-Wand-Deko ist genau das Richtige für die, die kreativ und flexibel sein möchten. Bis zum nächsten Mal.